Handball live in der stärksten Liga der Welt. Frisch auf Göppingen gegen den THW Kiel. Bei Göppingen läuft es aktuell richtig rund. Zuletzt drei Siege gegen Lemko, Hamburg und Gummersbach. Aktuell der dritte Platz in der Liga. Die Weltstars aus Kiel sind aber ein anderes Kaliber. Der Löwenverfolger Nummer 1 hat in Göppingen ganz klare Absichten. Zwei Punkte sind Pflicht, um weiter auf Kurs zu bleiben. Göppingen gegen Kiel, Dritter gegen Zweiter. Das Topspiel am 14. Spieltag. Heute ab 20 Uhr live auf Sport1.